UNTERTITELUNG Als Victoria und Lily aufgefunden wurden, waren sie in erbärmlicher Verfassung. Ihre Eltern tot. Allein in der Wildnis. Für mindestens fünf Jahre. Hey Victoria. Wie sie überlebt haben, ist unerklärlich. Ich bin der Bruder von deinem Daddy. Weißt du noch? Und Luke. In einem liebevollen, familiären Umfeld haben Victoria und Lily eine reelle Chance auf ein normales Leben. Sicher, dass du das willst? Nein. Na ihr zwei? Ich bin Annabelle. Ihr könnt mich so nennen. Oder wie immer ihr wollt. Die Mädchen sind nie im Leben bereit dafür. Und nie im Leben bin ich bereit dafür. Welche Symptome zeigen sie? Sie reden mit den Wänden. Und was sagen sie? Mama. Es wird besser werden. Versprochen. Ist das gut? Erzähl mir was von Mama. Nein. Was hast du? Ich will nicht, dass sie was zustößt. Mir wird schon nichts passieren. Das darfst du nicht. Ich glaube, sie bekommen Besuch von jemandem. Victoria. Was ist da unter dem Bett? Ein Geist ist ein irregeleitetes Gefühl. Es ist dazu verdammt, wieder und wieder erlebt zu werden. Wo ist sie jetzt? Ist sie hier? In diesem Haus? Mama, hör auf! Du hast es versprochen! Du hast es versprochen! Er ist Mama Victoria. Geist die Untertitelung des ZDF, 2020